Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute geht es um Boob Kids. Ich werde euch ein paar coole neue Funktionen zeigen. Ich habe den ganzen Tag damit herumgespielt. Es ist wirklich aufregend. Dann fangen wir mal an. Die erste Funktion heißt Magic Camera und sie ist noch spannender als ihr Name selbst. Schauen wir sie uns an. Okay, los geht's. Dafür gehen wir einfach links auf Kamera, wodurch wir direkt zu unserem Avatar gelangen. Einem personalisierten Avatar. Hier seht ihr meinen. Er sieht ziemlich cool aus. Das Tolle an Magic Camera ist, dass es unseren Avatar in einen Selfie-Modus versetzt. Ist das nicht cool? Lasst es uns ausprobieren. Wenn wir also ein Selfie machen, wird es an unseren Familienchat gesendet, was total Spaß macht. Machen wir unsere ersten Selfies. Wir tippen auf diese rote Taste hier links. Bitte lächeln. Das sieht eher verängstigt aus, aber ich mag es trotzdem. Schicken wir es ab. Und noch ein Selfie. Drei, zwei, eins. Okay, ich habe versucht zu lächeln, aber er sieht etwas müde aus. Und jetzt einen glücklichen für den Familienchat. Ja, das sieht cool aus. Das hat Spaß gemacht. Tschüss Avatar. Okay, wenn wir jetzt oben links auf Familienchat klicken, können wir alle unsere supercoolen Bilder anschauen. Los geht's. Sie werden geladen. Schaut nur. Wow. Macht das Spaß. Wir sehen also alle Neuigkeiten der Avatars in unserem Familienchat. Lasst uns eine neue Nachricht schicken. Diese Funktion heißt Whiteboard. Ich liebe sie. Ich schreibe also Hi Mom Mit einem kleinen, krummen Herzen. Egal. Ich schicke es ihr trotzdem. Vielleicht male ich das Herz etwas rot an. Das sieht fantastisch aus. Wir schicken es ab. Schaut nur, wie cool das ist. Das ist also die Whiteboard-Funktion. Damit könnt ihr Nachrichten und Selfies von eurem Avatar senden. Schaut es euch an. Das gibt es nur auf Boob Kids. Schaut es euch im App Store oder unter iOS an. Ich schicke es euch 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 an. Untertitelung des ZDF, 2020